Halt auf die Explosion, Digga! Okay, Leute, wir müssen das tun. Leute, es geht nicht. Yeah! Und tschüss! Oh, das ist da gerade eine... Dreist! Ist das Dreist? Ja, wahrscheinlich. Hätte ich jetzt in Überleben-Modus gespielt. Ich hätte direkt... Ist das Dreist? Hätte ich jetzt in Überleben-Modus gespielt. Ich hätte Eisen gefunden. Ja, wahrscheinlich. Ich gebe jetzt ein Klasse nicht, dass ich das Dreistin gemacht habe. Oh, scheiße, ich hab da noch Englisch. Nein! Fuck! You motherfuckin' Bombs! Fuck, you motherfuckin' Bombs! Fuck, you motherfuckin' Bombs! Fuck, you motherfuckin' Bombs! Fuck, you motherfuckin' Bombs! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, yeah! Boom, 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 boom! Oh, fuck, Leute! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, tschüss! So, tschüss! Oh, tschüss! Und jetzt, boom, 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 boom. Leute, wie tief geht das? Leute, boom, mein Schlag. Hey, Leute, das könnte jetzt mal das Intro sein. Das hört sich an, Leute. Das hört sich an, Leute.